Ich bin ja großer Fußballfan und ich war... Sind Sie auch Fußballfan, ja? Haben Sie geschaut, die Quali-Matches? Kommt das von Qual eigentlich? Das ist ein Wahnsinn. Die kicken sich aus jedem Bewerb aus, die Typen. Jetzt hat die Welt ja eh schon extra wegen Österreich die Damenfußball-WM erfunden. Waren Sie auch nicht dabei, die Burschen.